Herzerfrischendes Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Overwatch mit Nephi. Hallo. 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 Hallo, hallo, hallo. Ja, Swanky Pants kann jetzt so da ... Torbjörn. Kann er auch machen. Vielleicht nicht Bastion, aber Torbjörn, geht's. Bastion geht auch. Offensive Bastion? Never teased it before. Offensive Bastion habe ich schon oft gesehen. Ne, habe ich noch nie gesehen. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ne, einfach auch nicht. Ich weiß sie auch nicht. Kannst du mal so kurz in drei Sätzen der Kremums gehen? Peng, boom, peng. Was ist das Spiel eigentlich jetzt auf Deutsch? Ne. Swanky Pants hat das Match verlassen. Das eingefrorene Squirrel ist im Match eingetreten. Ne, ich habe das Spiel nicht auf Deutsch. Ich finde auf Englisch ist es besser. Warte, meckern doch immer alle bei dir. Ne, nicht mehr. Haben sich jetzt neu gewöhnt. Ach so, ja. Gucken halt gar nicht mehr. Hate is gonna hate. Die haben schon wieder eine Widow. Oh fuck, die haben den Bastion da stehen links. Mit Reinhardt und Mercy. Also da wo du auch standst? Ja. Okay, unten Torbjörn, oben. Aber den habe ich jetzt gemacht. Ach der, der, ja, der steht unten jetzt. So Torbjörn habe ich gemacht. Der Bastion steht unten jetzt. Hm. Bastion ändert die Position nach drinnen. Und lässt sich heilen. Und boosten von der Mercy. Versucht mich zu killen. Wie, er geht nach drinnen? Ja, er ist bei mir jetzt. Alle drei. Oh Gott, bin auf dem Punkt. Bastion ist mal down. Nein, es macht am Panzer. Oh, was? Ich war hinter der Glocke. Wie konnte er mich da treffen? Jetzt ist er down. Jetzt gehen wir an den Punkt. Wenn ich nicht alleine bleibe. Ich versuche so schnell zu kommen, wie möglich. Habe ich leider nicht mehr geschafft. Nein! Scheiße! Oh, geil. Oh, geil. Gamefuck ist direkt wieder drauf. Ich wollte gerade meinen Q an ihn ran heften. Und dann macht er seine Ulti, ey. Ah, den Punkt haben wir. Transcendence habe ich jetzt. Sehr gut. Dann gehe ich damit einfach rein und dann haben wir den Punkt und sind wir fertig. Genau. Oh, jetzt steht er echt. Warte mal. Ja. Der Tauvian hat doch nichts mehr. Der Bastion steht on point. Ist doch egal. Lass zum anderen laufen. Wow. Okay, ich bin da. Ich bin drüben. Ich teile mich noch einmal. Bin da. Farah weg. Farah weg. Alter, wir sind jetzt alle. Nein, der Bastion! Irgendwieso schießt keiner auf den Reiner? Ja. Keiner da, ne? Der, unsere Ferrer kommt gerade. Na, jetzt sind alle weg, ja. War aber schon ein erster guter Angriff. Wir haben zwei Drittel. Pass auf, der Gegenverkehr. Ich gehe erst rüber, wenn der Gegenverkehr weg ist. Oh Gott. Ja, ich bin nochmal zurückgegangen. Ich hab nur zurückgespult. Ich war nämlich gerade da. Hast du's gesehen? Ja, ich hab nämlich zurückgespult. Ja. Ich wollte ihn ja eigentlich mit meinem, mit meinem Rechtsklick töten. Aber das hat leider nicht geschafft. Ich kam da so hin, hab den Reifen gesehen, denk mir so. Nein! Dann drückst du mal lieber E. Not today. Nein! Wir müssen halt alle mit Ultis rein, ne? Hm. Warte, ich mach best schon mal eben. So, ist weg. Ich zwar auch, aber er ist weg. Müssen die Mercy halt auch machen, ne? Ich konnte die Schneide noch E drücken. Roothog time. Ja. Jetzt ist Bestion aber auch schon wieder da in der Zeit. Alter, da steht ein Turm. Ah! Ich hab falsch geblinkt. Okay, ich bin weg. Reinhard, Schild ist vielleicht da. Ja, Mercy hat alle wieder überlebt. Schiss, Reinhard. Ah nein, doch nicht. Schiss, Reinhard. Was? Wieso ist der so ein Ulti? Ach man, ich wechsel jetzt. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Ach, der Tower steht da. Ja, ich müsste auch mal wechseln von Senyata. Weißt du, destroy the Turret and I go in. Genji, du bist derjenige, der den Turret mit am besten zerstören kann. Alter. Jetzt ist der Turret weg. Ja, der soll jetzt reingehen. So wie er es versprochen hat. Der Turret. Der Turret. Ach, da ist das Geschütz. Ne, das Geschütz ist doch noch da. Er hat doch gerade... hat Overwatch gesagt, dass das Geschütz nicht mehr da ist. Ah, jetzt kam Reinhard, damit ich bloß nicht das Geschütz kaputt mache. Bastion down. Geschütz ist auch fast down, das hat nicht mehr viel. Helden sterben nicht. Mich umgelegt. Die Ulti von Junkrat. Wir kriegen halt... Wir kommen halt nicht rein, ne? Ja. Ja, schön. Ja, deine Drachenklinge ist schon seit 5 Stunden bereit. Alter, ich komm nicht drauf, Alter. Mit zwei Best... Mit einem Best... Okay, ein Bestion, ein Turret, aber trotzdem. Dann soll unser Genji doch mal endlich den Bestion killen, ey. Das ist darum so schwer. Ist zu schwer. Jetzt Bestion ist down. Ja, und der Turm auch. Jetzt drauf, ey. Ist zu spät. Ne, Farah hat geregelt. Jetzt, 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 ja. Ja. Das sieht gut aus. Teamkill gewonnen. Okay. Geht doch. Brrrr. Weiß nicht, jetzt stehe ich da mit Zarya am Ende. Ob das... Ja, ja, ja. Das war das letzte. Ja, das war es am Ende. Hätte aber besser sein können. Na, wobei, jetzt macht sie schon noch ein bisschen... Oh, okay. Ja, ja. Na gut. War okay, ne, also. War okay. Und wenn ein Gegner lief, das ist immer gut. Epic. Mission accomplished. Und doch noch ein Epic gekriegt. Oh, oh, oh. Da hat meine Schulter geknackt. Uiuiui. Ausgekugelt. Oh. Oh. Oh, ich kann nicht weiterspielen. Gehst zum Arzt. Wann haben sie sich die Schulter ausgekugelt? Beim PC spielen. Aha. Von Pokémon Go spielen. Von Pokémon Go spielen. Von Pokémon Go spielen. Li-Yang. 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 Wir haben noch ein paar Spieler. Was ist denn da los, ey? Spielt keiner mehr Overwatch. Ist vorbei. Alle zu Battleborn gegangen sind. Das war günstiger. Kostet noch einen Zehner jetzt. Hast du gesehen? Ja. Ich bin dafür, dass wir... Ich möchte mal, glaube ich, eine Videoreihe machen, wie ich versuche, diese schweren Achievements zu machen. Was für Achievements? Overwatch oder...? Ja, diese Overwatch-Achievements. Ach so. Diese schweren. Zum Beispiel dieses schwere Lucy-Achievements. So kille drei Gegner, während du an der Wand grindest oder so. Easy peasy. Hab ich schon. Hast du echt? Ja. Nö. Nee, doch nicht. Vor allem die Leute denken, ich wär gut. Nee, doch nicht. Nee, ich glaub nicht, dass du was hast. Was ist? Erfolge, ne? Ja. Und dann Unterstützung? Karriere, Erfolge... An der Mauer... Nee, hab ich nicht. Unterstützung. Jenseits der Schallmauer ist erstmal Blocke 1000 Schaden. Das hab ich ja schon. Äh, und... An der Mauer auf der Lauer, genau. Genau. Versetze als... Du musst halt, du musst halt... Du musst es halt nicht gleichzeitig machen, Sondern ohne zu sterben halt zwischendurch. Es ist schon machbar, aber nicht auf der Map hier. Das hat der Typ bestimmt gemacht in unserer langen Runde, weißt du noch? Weißt du die lange Runde? Äh, ja. Der Typ hing auch nur an der Wand die ganze Zeit. Alter? Mich hat's zersägt. Mich nicht! Ich kämpfe hier gerade gegen den Junkrat, ey. Und gegen den... Rotog, alter, jau. Rotog hat mich gehuckt und Junkrat hat mir seine Granate in den Hintern geschoben. Fanfiction ist erwünscht. Ist nicht cool, dass da so viele jetzt... Geht das? Ne, es geht nicht. Das ist ein harten Ding zwischen... Ich heil, oder? Warte nochmal bei euch. Warte nochmal bei euch. Ja, die Diva dachte sich das anders. Wieso hat die so viel HP? Was haben die? Ja, Mercy und Lucian die auch. Das ist ja eklig jetzt. Ja, erstmal muss ich überhaupt reinkommen. Dafür hab ich meine Ulti jetzt. Das ist gut. Gegenverkehr, ich bin mal weg. Ich bin bereit für meine primale Rage. Okay. Ich supporte mal den Game Freak von hier oben. Nein, der ist runtergefallen. Okay, er hat es geschafft. Nein, ich wollte sie gerade wegschubsen, die doofe Kuh, alter. Ich hab dich im Visier. Oh Gott. Wieso haben die alle so viel Leben? Ja, ich weiß auch nicht, warum die so viel Leben haben. Hier in Mercy ist auf jeden Fall down. Da, der, 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 der Sounder ist fast down. Okay, Doppelkill. Irgendwie gemacht. An der Wand? Ich weiß es nicht. Ich war gerade kurz an der Wand. Ich bin mir unsicher, ob das zählt. Ich weiß nicht, ob das zählt. Nein! Jetzt bin ich eh tot. Jetzt zählt das eh nicht mehr. Wieso haben die so viel Leben alle? Hatten die gerade auch eine Lust geholt? Nee. Ja doch. Das ist schon, schon länger her, ja. Mach mal einer, die Dings sagt. Genau. Wow, wow, wow. Ich hab da irgendeinen im Kopf getroffen hinten. Der Lucio kommt, oder? Da kommen sie alle. Und jetzt ein Affen? Oh, ne. Haben gesehen, was ein guter Affe kann. Ah, Rotog Ult. Rotog ist weg. Affe. Gegenverkehr. Gegenverkehr. Nerv this. Oh, der Reifen ist noch unterwegs. Okay, jetzt rein. Oh, der Reifen ist noch unterwegs. Okay, jetzt rein. Okay, jetzt rein. Und jetzt reinlegen. Nee. Junkwitz kommt. Rotog. Oh, Gott. Oh mein Gott. Kotz gleich vor Aufregung. Bin ich kurz dumpf klingelt, das war ich kotz. Diva kommt. Ist das deine, oder? Nee, die feindliche. Das ist deine. Was ist meine? Okay. Alter. Ich roll die ganze Zeit hier in der Mitte rum. Jetzt haben sie ein Wiese bisschen noch gar nicht, was hier passiert. Oh, schade zu spät. Nein. Ich hab dich gerade so low gesehen und dann dachte ich mir so, okay. Jetzt sind sie alle auf dem Punkt. Alle. Unsere Farah hat die Rolli nicht, glaub ich. Ich sterb jetzt. Fuck. Komm, legh einer irgendwas drauf. Nein. Nein. Mann war das knapp. Scheiße. War ja nur Krieg, ey. Die haben es halt richtig gemacht. Die sind immer gleich zu sechs gekommen halt. Ich hab aber nicht verursachten Schaden. Gold. Ich hab Zeit für Zielvollschritt, Gold und verursachte Heilung. Oh ja, verursachte Heilung ist ja nicht schwer jetzt. Als einzige Heiler. Ja. Ja. Früher hat die Sphäre von Winston doch noch geheilt, ne? Die Sphäre von Winston? Die Kugel? Ja. Weiß ich nicht. Damals. Als Overwatch noch ein Weaver. Ne, ich find Overwatch ist heute noch cool. Was ist denn das denn für'n Reaper, Alter? Der Reinhardt mich mitgenommen, der Arsch. Der Reinhardt will mich holen. Nee. Macht er nicht. Jetzt geht er rückwärts zurück. Nein, das war mein Kill, Reaper. Ich wollt' doch das Achievement machen. Racer, komm. Fällt sie? Jawoll, sie ist gefallen! Ich will da oben lang. Moment. Achso, wir brauchen Heilung. Ja gut, dann kann ich jetzt natürlich... Nein, 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 nein! Nein! Oh mein Gott, das war knapp. Nein, die Diva! Oh Gott! Oh Gott! Jawoll! On Fire, Bitches! Junkrat schießt Raketen rein. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Gerade, ja. Pass auf, die war von hinten. Oh Gott! Das ist ja Mercy! Oh Gott! Mercy kommt, lieber! Hä? Ich war doch ein Punkt! Du bist der Letzte. Ja, hab ich gemerkt. Hab ich gemerkt. Der Moment, wenn du da glaubt, dass ihr Dings hier meine Strahlen abkriegt. Das ist immer gut. Auch die Genjis, die immer E drücken oder sowas. Also ich war gerade drin. Und hab versucht da so ein bisschen... Nein! Oh mein Gott, ich hab's überlebt! Das war ganz schön knapp jetzt, wa? Hast du gesehen? Jaaa! Alter, war das Knöp! Den verkehrst du nicht cool. Ah, fuck him! Das ist sehr gut. Wie ein Mercy ist auf mich verbaut. Oh Gott! Nein! Ich hab Scheiße gebaut. Geh mir halt die Fresse. So, wo du stirbst, spring weg. Ich bin in Falle. Gönn einfach mal bitte so ein bisschen... Leben. Nerf this! Oh, let's break it! Damn! Die! 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 Oh, wieso hat mein... Wieso hat der Weaver mich denn erwischt? Ich bin extra hoch gef... ...gefahren. Oh, wenn die jetzt noch gewinnen, ne? Oh, 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 oh! Ja, nice. Die Pharah ist auch nicht so gut. Oh, nein. Game Freak hat's nicht mehr geschafft. Haa! Mit welcher Begründung haben die jetzt gewonnen? Glück! Da hat er das Steiler des Spiels gemacht? Hä? Wow. Der den Roadhog nicht down kriegt. Den hat er auch nur wegen dir down gekriegt, weil du mal mit reingeballert hattest. Weiß nicht, ich fand die Mercy von denen ganz gut eigentlich. Wenn ich da auch mal für die Gegner voten darf meine ich. Ja, du hast auch gehen mal. Kann man auch mal machen. Ihr könnt den Daumen nach oben voten, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.